Herzlich Willkommen zu The Forest. Mein erstes Mal, aber die Musik ist mir jetzt ein bisschen zu laut. Können wir die Musik ausmachen, bitte? Ist gut sein nicht. Ja, wie immer fängt das an mit dem Flugzeug, oder? Schauen wir uns das mal an. Animiert von Gronx & Play. Wollen wir mal schauen, ob wir nicht bessere Gebäude bauen können. So, und was noch? Ja, das wissen wir auch noch. Geht's los im Flugzeug. Schöner Flug. Sag mal da, irgendwas läuft. Und mein Kitty schläft. Und wieso sind die Sitze alle leer? Ich dachte, da sitzt jemand drin, aber wenn man genau schaut. Die Sitze sind alle leer, wir sind ganz alleine. Das ist nur ein Traum. Das ist nur ein Traum. Das ist nur ein Traum. Das ist nur ein Alptraum. Macht ja nichts raus, ne? Das ist nur ein Alptraum. Das ist wirklich jede Nacht ein Traum. Ja, da sind wir gleich gelandet. Und was passiert nun? Ups. Die sehen wir nachher nicht mehr. Da sehen wir nur noch Frauen, ne? Oh. Pflege ihn gut. Ich hole ihn mir wieder. So. Jetzt muss ich erst mal schauen. Magen ist leer. Ich hab' da gleich gegessen. Und was ist denn da? P to close. P to close. Ich hab' da gleich gegessen. Wie kann ich denn bücken? Bitte. Kann ich mich hinbücken, bitte? Wieso nimmt der denn jetzt das Feuerzeug? Habe ich gesagt, nimm dieses Feuerzeug. Habe ich das irg... Ups. Das nehmen wir natürlich auch. Hallo. Das wird... Aha. P weg. Aha. Hüpfen können wir... Aber ein Zink knieen kann man nicht. Wieso nimmt er die Axt jetzt nicht? Okay. Soweit hätten wir das schon mal. Die Hände anschauen. die axt wieso nimmt er sie nicht hallo achs nehmen wir sind am strand schon gut aber wir müssen mal schauen was haut da noch nicht hin tatsächlich ich sag ja es war nur ein altraum kleiner siehst du jetzt träumen den gleichen traum noch mal hier press space zu kippt das muss man ja wie soll ich schon gut gehen ach nee sie an sie an gar nichts snack und was ist das ich sag salamander hätte ich auch nicht dass es heißt es ist ein feuer salamander welche taste habe ich das mit dem vogel gelegt das weiß ich jetzt schon gar nicht mehr für wie auch immer diese modelle brauchen tennisball tatsächlich kann man werfen was mein koffer gibt es nicht was ist das dann kann man das essen ich weiß es nicht ich lass es lieber jetzt sind wir natürlich nicht mehr am strand wie am anfang hier sind wir bleibst du hier da gibt es auch noch ein paar koffer ich glaube die kann man essen oder super super kommst du her der wind hört sich ja gut an jetzt erstmal erstmal hier auch los ups was war das denn jetzt was ist denn das modul liegt hier mitten auf dem feld modul das wird man so gar nicht alles im spiel wenn man das sich aber anschaut hallo mein kron ach so ich verliere was ach so ich verliere was ach so ich verliere was landland nur schauen wie das war feier basic feier standing feier ok wo war ich mal eine feierstelle hin ich glaube hier so ist viel mit steine und holz oder zack 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 liegt zu viel rum noch modul ist ja gefährlich dass hier so viel liegt das ist ja schon was soll ich mit dem stein den kann ich werfen was ey wo kommst denn du her wo kommst denn du blöde kuh her wo bist du da bist du wieso verändert sich immer das skin das finde ich voll daneben brauchen wir einen kopf nein wir brauchen noch nichts wir wollen dann noch keine dinger bauen ich glaube ich habe schon wieder was gehört heute macht mir nicht schweig ja ich wusste es und gleich zwei oder so ach ich bin in der nähe vom dorf deswegen ok nichts gesagt haben was noch eine die jetzt drei zombies ja super genauso mögen wir das am anfang du hast mich nicht gesehen du siehst mich gar nicht ich will mal einen feier bauen wo habe ich denn das weil ich mal einen feier bauen da boah du bist vom baum runter ich brauche ich mal einen feier ich bin doch hier im feier am baum da woher sie Ah, toll. Toll. Ja, toll. Wie baue ich... Wie lege ich... Ich hab's gecheckt, Alter. Wie lege ich denn den Lorch jetzt da rein? Aha. Okay. Ich hab's gecheckt. Guck wie das Wasser hier so runterläuft. Oh, oh. Das sind andere. Das sind keine Kannibalen mehr, oder? Soll ich den jetzt essen? Gut. Da hinten laufen die. Ich muss erst mal schauen, wie ich mir das hier baue. Hier laufen ziemlich viele, würde ich sagen. Was haben wir hier? Ja, schön, schön. Ah, bauen wir uns erst mal so'n Shelter hier hin. Ah, schon wieder. Ah, schon wieder, super. Neun, neun, fünf, acht. Bekämpft euch gegenseitig. Das passt schon, ja? So. Hier ist der Teufel los im Oberwald. Gibt's doch früher mal einen Film. Ich lebe jetzt nicht gerade ungefährlich, sag ich jetzt mal. So, ich mach das aber anders, weil vorerst mach ich das anders, bis ich hier mal so ein Vorrat anlegen kann. Und die mir nicht alle wegrollen hier. Hab ich was gehört? Ja, haben wir. Du bist nur neugierig. Du bist nur neugierig. Du willst nur wissen, was hier Sache ist. Na komm. Rennen doch nicht weg. Kämpfe oder lass es, aber nicht so. Ich hör doch irgendwas. Da bist du ja. Boah. Boah, was war denn das jetzt? Boah. Das war jetzt ein Schlag zu viel. Weder. Das hat mir jetzt gerade nicht gut getan. Das war jetzt ein bisschen. Auf diese Medizin. Okay. Habe ich zu viele Stöcker oder was? Mist. Los ins Feuer rennen. Schuss. 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 jetzt gerade habe ich hier ist überhaupt laub kriege ich weiß jetzt nicht mehr die taste war um den vogel auf die hand zu kriegen das muss ich später noch mal nach tante du willst also die nächste werden wenn ich euch erledigen habe ich ja wohl hoffentlich erst mal ruhe also Das war's für heute. Was ist denn das? Was? Wollen wir noch Stickies oder nicht? Was bräuchte ich noch? Holz erstmal. Okay. Mal weiter Holz. Was? Falsche Richtung. So. Was brauchen wir jetzt noch? So. Was brauchen wir jetzt noch? Hier was? Vier Steine. Wieso habe ich keine Steine? Habt ihr die ganze Zeit Steine gesammelt oder nicht? Leuchte kommen? Jetzt sag ich auch schon Leuchte. Ich mein Salamander. Salamander. Ist das noch der Kopf? Steine brauche ich. Okay. Hab ich genug. Steine findet man gar nicht so viele wie man braucht. Was? 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 Wir sind hier in der Nähe. Von so'n Dorf. Was? 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 Ich werde mich richtig einzeugen. Schon wieder? Und da steht das Ding. So. Jetzt würde ich mir gerne ein paar Lagerdinger hier hinbauen. Damit ich nicht immer so weit laufen muss nachher. Da brauche ich viele Stöcker für. Die Frage ist, wo ist das Messich? Und hier? Und hier? Und hier? C, das war der, okay. Der riecht nicht auf das Blut, ich hab keine Ahnung. Es wird schon dunkel, das ist nicht gut. Jetzt schon. Jetzt schon. Super. Schmerzgeräusche? Nee, gar nicht gut. Da ist schon die erste. Komm her. Ich bin hier. Ich bin hier. Oh, Himmel. Jetzt schon. Ja, komm. Ich höre Schmerzgeräusche im Duster. Das ist ja super. Stehe ich jetzt voll drauf. Leute, ich baue mir mal so eine Lichtfackel. Das ist schon die nächste. Oh. Was willst du? Mich in die Falle locken. Das ist schon die nächste. Oh. Du Miströte, du! Erledigt. Puh. Ja. Und man sieht nur noch Frauen, komischerweise. Wo sind die Männer alle geblieben? So. Was hatte ich jetzt vor? Wieso? Wieso? Habe ich am Rand sowas komisches jetzt? Was bedeutet das? Mir ist kalt. You're cold and you build a fire to dry. Habe ich doch. So, das ist schön, aber das will ich auch noch nicht. Fallen. Das ist ja noch was anderes. Diese komischen... Achso. Ach, ich kann nicht... Da. Sowas hab ich. Genau. Ja. Das ist aber nicht hell. Naja, jetzt geht's. Damit ich ein bisschen mehr schauen kann. Natürlich... Vielleicht da oben nichts sehen. Lass mal jetzt mit Absicht, damit ich ein bisschen Lichtquelle hab. Hallo. Oh, guck mal. Oh, guck mal. Oh, guck mal. Was fehlt mir denn da jetzt noch? Was ist denn das? Ich glaub, ich hab kein Spinnennetz. Nein. Spinnen gibt's hier. Uuuuuhhhh. Was war ein Spinnennetz? Sind die nicht tödlich? Sowas fehlte noch. Drei Steine. Neins. Steine. Neins. Steine. Da ist schon wieder kalt. Neins. Muss ich hier wieder Feuer machen. Kalt ist. Eat was? Eat something or get some rest. das ist das feuer schon wieder aus wir gehen jetzt schlafen das ist schlafen renne ich wieder mein eigenes ja ja nein hat nicht so sollen sein irgendwie war aber netter versuch war wohl der falsche platz da war zu viel los definitiv us leiter ja super jetzt bin ich in dieser höhle die 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 Okay. Als würden hier täglich Flugzeuge abstürzen. So schaut das aus. Den Laptop hätte ich gerne für ein bisschen YouTube schauen, ein bisschen Gron und so. Hallo? Hallo? Ich bin jetzt nicht mehr so. Ich bin jetzt nicht mehr so. Ich bin jetzt nicht mehr so. Das ist ja nicht so. Einladen hier, geht doch nicht dauernd aus, das mag ich ja gar nicht. Was ist das denn da? Ein Zahn. Koffer. Wasser. Bin ich schon wieder draußen, das wär gut. Oh je. Das wär schön. So, Jungs. Da liegt ein Toter. Da lag ein Toter. Okay, Stacke haben wir genug. Geh ich jetzt da hin und baue da weiter, ja oder nein? Das ist jetzt echt die Frage. Oder suchen wir uns einen neuen Platz? Ich höre Schmerzgeräusche. Oder sind das unsere Salamanders? Das Fahrzeug kann weg. Jetzt mal ganz ehrlich. Nee, da geh ich nicht hin. Hier sind wir. Das ist der See. Oh, hier müsste irgendwo so ein Speer liegen oder irgendwas so in der Art. wird da eindeutig was laufen. War nur der Salamander oder was? Ist hier kein Speer? Leute, hast du keinen Speer? Äh, diese Schmerzgeräusche und so. Die machen mich fertig. Na gut, den Speer. Kann man uns vielleicht auch irgendwann schnitzen. Oh, ich brauche was zu essen. Ja, ja, okay, okay. Ich habe es gecheckt. Du brauchst. You are hungry. Ja, was machen wir denn hier jetzt? Hier, hier will ich aber nichts bauen. Hier ist nicht schön. Aber das ist der Speer, den ich brauche. Okay, ich verstehe. Die Federn sammeln? Und wofür sind die? Ach, wir fallen um Bogen, oder? Der ja nichts bringt. Das wissen wir ja langsam. Ey, die Schmerzgeräusche verfolgen mich. Die sind wahrscheinlich nur so Kulisse. Ein riesen Anker. Ich dachte, wir haben ein Flugzeug abgestürzt. Was für ein riesen Anker. Kann man sagen, wo das Schiff dafür dauer ist? Wo das Schiff da, äh, dafür ist? Ja, ich weiß. Dann war es. Was für ein Schiff. Was für ein Schiff dauerst. Wo ist es für ein Schiff? Und wie ist es? Das ist ja normal.